SMG mit dem Brandschaden halt auf Dauer Pistolenmunition liegt ja noch einiges Na dann Da liegt ne neue Pistole Ich bin tot Alter Aha, ist ja schlimm hier Aber wirklich Belebt man einen wieder? Mit E, E Okay So viel Money Alles meins Was ist das hier? Ist noch ein Medikit Hier hinten ist auch noch eins Falls noch jemand braucht Was ist das hier? Ne kleine Mediampulle Ne, doch, hier Nimm ruhig Macht sich jetzt nichts Da oben ist so ne Klingenblumen Samen drauf Ich komm da nicht hoch Von der anderen Seite Musst du hinten laufen hoch Hinten lauf ich hoch Muni Ja Muni Muni ist gute Idee Meins Hast du jetzt die Pflanze auch eingesammelt? Ja Deswegen ja Deswegen ja Gut gut Nicht meins Ich hab euch wieder was weggeloten Es sah aus Jetzt wirst du voll dran vorbeispringen Vespas Wirst du dieses Schild haben? Ich glaube ich behalte das kleinere Weil das hat Hitpoints Regeneration Das finde ich ganz gut Was ist denn das? Also was macht denn das? Das war das was du dir angeguckt hattest Was ich dir vor der Nase weggekauft habe Oh dann schmack mal her Oh dann schmack mal her Okay warte Doch ich krieg das Sehen Sekunde Ich mach selbst nicht wie das geht Keine Ahnung Irgendwas mit Leertaste hab ich gehört Ich glaub ich hab's schon weggeschmissen oder? Wie weißt du? Nein ich hab's angelegt verdammt Ich seh jetzt nix Sekunde Ich krieg das hin Jetzt aber Da flog auf jeden Fall was Ist das das Richtige? Weiß ich nicht Ja Gut Ist das tot? Nein Arbeit Gewehr schießt halt nur auf die Entfernung wirklich sehr streuerhaft Ja Ja Deutlich hier rin Aber hat sie tut Ja Aber meins hat halt Das ist zwar nur so winzig Aber das regeneriert halt Das find ich ehrlich gesagt ganz cool Ach shit was geht? Hatt mich denn alle feiern oder noch? Das hatte ich nur ein bisschen angesprungen Wie kann man eigentlich Granaten schmeißen? Sollen wir mit G? Ich vermute mit G Ich hab's aber noch nicht probiert Was ist hier feiern? Hast du es vielleicht umgelegt? Irgendjemand wirft hier einmal was Ja das war ich Nee ich glaub ich hab's nicht umgelegt Oh Hast du denn unten rechts über deine Munitionsanzeige auch Granatenanzeige? Ja drei Stück Ich hab mich angesprungen Nein Normalerweise ist es gehen Ja mal gucken Kein einigen Kontrolls nochmal nachgucken eben Ach hast du es schon selber? Ahhhh Das war Granatennodifikation Ich hab' gebraucht Ich hab' gebraucht Ja Ich hab' gebraucht Ich hab' gebraucht Ich hab' gebraucht Ich hab' gebraucht hast du schon sehr ich habe gerade abgekriegt krieg ich immer sehr gut du hast jemand getötet werden oder im halbtot war es wahrscheinlich oder ich habe auch was geschossen habe ich getötet weiß ich nicht ja die waren beide sehr low wahrscheinlich wenn du dann nämlich den last sozusagen was dann kommt es auch wieder ja ich habe trotzdem level ab sicher hat man möchte ich dann noch mal eine gesundheit ist eine gute idee schreit dann in einer von euch gesagt ja ich hätte noch dazu sagen müssen und leicht benutzt er hat nicht übrigens auch noch nie geht er läuft durch sich hin nahe händen ich bin ich nicht so wir müssen noch vier Pflanzen einzumeln können wir das schaffen Nein Schauen wir mal das auch gerade gedacht das wäre die Blume jetzt machen da vorne so war eine oder eine aber da kommen wieder ein paar Sorgs nein sie wissen doch nicht ob sie tatsächlich vorbeikommen oh Gott lad doch mir danach du stehst aber auch komischerweise immer direkt daneben hm da das ist halt YouTube-Money ja war schon klar mitnehmen wo man es kriegen kann weißt du hat es tot ja ich glaube ja oh ich kann wieder skillen Gott hör mal auf weil es die ganze Zeit blinkt ihr levelt ja wie die Bekloppten da hängt es nur ein Viertel Level oder sowas hinterher also so weit ist es noch nicht Völligs abgeschlagen Völligs was ist das denn hier das sieht cool aus ähm Brenner Leute hin was macht ihr denn da wir schießen da ein paar Ligen Items und Kisten die wir nicht haben also nur die Kisten dann ich kann nichts sehen vor Ort auf Langen ich bin irgendwo runtergefallen oh das ok na Gott ich bin schon wieder da drin ja Megalink ich sag's ich sag's ja ungern ne aber komm und renn ich bin dabei ok ich geh doch nein es hat mich keiner gerettet danke ich steine alle daneben mich nicht gerettet ich hab dir nen Turret daneben gestellt und dann bin ich zur Rettung gekommen muss man sich vor sich selbst retten AHHHHH hat mich auch keiner aufgeholt ach du bist genau in dem Moment gestorben wo ich eh gedrückt hatte oder was ich kann natürlich nicht mehr da sein AHHHHH verdammte Hacke ich hab mich schon wieder verlaufen oh Gott ich bin gleich wieder da also dann kann ich dich ne ja sammel mich mal ein sammel mich mal ein ah sorry ich bin so unfähig hier ist ne Pistole ich kann dich schon sehen ich skill mal in der Zeit was Kontaktgranaten ne lass doch mal mit den skillen sonst verpasst du mich gleich ok nnnnnnnn ach die kosten auch noch fordert Level 13 ne oder warum steht der Preis oder ist das der generelle Preis oder ist das der generelle Preis du verkaufst ok ich kann sie aber gar nicht nehmen komischerweise also da ist eins auch für Level 13 ich mein ne ach so da hab ich jetzt nicht drauf geguckt da kannst du ein bisschen noch Level 7 steht da dran ja die vorderen das hintere ist für Level 13 aber ich kann die nehmen was habt ihr denn davon ich bin voll deswegen so ne Explosionen Kontaktgedöns ach so wie viel Granaten hab ich denn dass ich voll bin für Level 13 ach ich hab 3 ok kann man immer nur 3 ja du kannst später ein Granaten Upgrade kaufen damit du mehr Granaten tragen kannst aber du musst aber auch halt das dem äh hinzufügen ne deinem Granat das ist ja eine Art Item ach mein ganzer Inventar ist voll alles klar das hat natürlich einiges geschmissen ne nur abgelegt ok ist ja wieder Falsche weggeworfen ey das ist doch so zum nicht einfach ne einfach wär ja auch zu einfach so so ah so dann gehen wir mal weiter wir müssen ja immer noch Pflanzen suchen ist hier zu verdient eine Pflanze oh nein ne keine gesehen was denn mhm ich überlege gerade dieses Wort das wir da vorhin gesagt hatten ich hab vergessen wie das Wort hieß ach so ok gut dann machen wir mal kurz ne Aufnahmpause knusperknödel nein ich hab keine Ahnung genau ne und sehen uns dann gleich wieder es war Gemüsepudding Gemüsepudding genau da sind wir wieder nach kleinen problematischen äh nicht mal abstürzen aber halt ne wir wurden ja getötet weil wir zu lange gewartet haben warum warum haben wir so lange gewartet wer hat das schon der Kicks stabuliert ach das wäre ich haha ok gut ähm jetzt müssen wir halt uns nochmal durch Gegnerhorn durchschnitzeln damit wir dann die grässlichen drei Klingenblumen zusammenbekommen in der Hoffnung wir kriegen das auch so hin wie ich mir das vorstelle ich hab da noch so mal zwei wir haben weiß er nie nicht wahr ach ich hör schon wieder in ich hör schon wieder in äh hinter uns äh hinter uns vor uns überall soll ich mal sagen dass ich jetzt verstanden habe wie dieser komische unsichtbaren funktioniert ja das ist doch ein Hauptsache du hast es verstanden und zwar musst du mit dem Nahkampf dann angreifen dann kannst du da vorzeitig raus gehen ok plus äh macht das halt wenn du raus gehst so ein AOE Damage angriff ach klingt doch nicht so verkehrt aber sowas muss nicht machen heute ist Saft nein sonst nutzte das ja nicht was hast du denn für ein Problem wer wir schreiten da so äh das bin ich ich wollte gerade sagen das ist Mammut wenn hier irgendwer schreit dann bin ich das was eigentlich liegt was grünes der ist nicht klein wow was hat denn der alles gedroppt hier Munition Munition ach so so ein Granatendienst braucht jemand einen Granatenupgrade mhm hab ich sogar hatte ich irgendwann gekauft ja da hast du mal dein Geld sinnvoll verschwendet ja ne ja die Dinger sind doch nicht neu gespawnt ja eventuell droppen die jetzt auch mehr ich hab das doch bei dem Dings gelevelt kann natürlich sein der das deswegen ist oh nein und da haben wir wieder so einen Knallharten oh nein mein Tunnel ist noch nicht wieder da ok das macht auf den großen macht das kaum nicht gut ich häng fest ich häng fest ah jetzt ich höre mich um den Knallharten der meint gerade mich instant kill zu müssen ok ok ich heile dich halt drauf halt drauf halt drauf halt drauf ich heile dich halt drauf irgendwas schubst auch böse zurück oh jetzt bin ich glatt super danke ich heile euch 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 die spuck mich hier nicht an ach hier ist doch doch so ein Viech ahh auch komm bitte lass mich doch in Ruhe aber sie wollen vielleicht nicht in Ruhe gelassen werden oder so ich weiß ja auch nicht Danke Aua! Aua! Wo denn? Schick mir nicht deine Zunge raus. Nächstes Level. Alter, Finne. Kleine Orkale, nicht auf. Ach, komm. Ich habe keine Munition mehr. Gar nicht mehr. Oh, schön. Das ist nicht schlecht. Hier liegen ein paar Medikits. Kann mal jemand mitnehmen? Oh, Geld. Geld, Geld. Oh, da liegt was Süßes. Ei, ei, ei. Munition, Munition. Was ist denn das andere hier für ein Ding? Jo. Da lass den jetzt gleich werden ohne Munition. Ach, verwunscht ist jetzt da hinten. Jaja, ist kein Problem. Ich komme. Das haut schon hin. Ich muss nur mal gerade eben gucken, was das hier überhaupt für ein Ding ist. Was ist denn das? Machine Gun. Okay. Okay, das ist die Munition. Wo müssen wir denn... Ah, ja. Wir müssen immer noch Richtung die Höhle, wo wir gestorben sind. Einmal um die Ecke. Genau. Ähm. Dann fange ich schon mal an, noch wieder hinten zu schießen. Wenn du stirbst, nimmst du das auf deine Kappe. Nö. Also ich glaube, von hier oben aus wird das schwierig. Ach so. Äh, das war echt nicht viel, nö. Äh. Ja. Im Magazin, Amiga, kann das sein? Naja, es... Ist immer relativ schnell leer. So ein 130... Ne, äh. 20 Schuss sind das nur, okay. Auf nur 12, meine Dings. Wir haben 28. Aber da kommt es wieder. Ja, da kommt nicht, naja. Vielleicht kriegen wir den hier auch, ohne dass wir da runter gehen müssen. Daher nehme ich ab?